Hallo zusammen, Aizoke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest tiefer hinein anzunehmen, bei erster Arcanistin Thalysra in Dasjatar an dieser Position. Ich befinde mich hier in einer Höhle, aber man muss für die Quest hinauslaufen, dann wird man auch den Eingang hier zu sehen. Nun ist die Folge Quest von drei Quests, das war, nochmal davon gekommen, Störung der Macht und dunkle Gezeiten. Sobald ihr die drei abgeschlossen habt, gibt es diese Quest hier. Natürlich auf vorderseite. Nun heißt es, trefft euch weiter vorne mit Thalysra und Lofthemar. Nichts einfacher als das. Einfach nachlaufen, bis sie verschwinden. Und noch ein bisschen weiter. Da bin ich auch schon. Die Quest ist abzugeben, bei erster Arcanistin Thalysra in Nasjatar an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Ciao! 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 Vielen Dank.